Hallo, hallo, ja, hallo, willkommen zu Q-Commerce TV, ich bin Titi, eigentlich tanze ich mit, aber heute bin ich Moderator und so. Also wir sind jetzt in Kalkar zur Europäischen Meisterschaft, ja die Mädchen stellen noch Deutsch, sie sind sehr nervös, aber ich glaube in 2-3 Stunden wird es noch schlimmer. Beste Gurke, Beste Gurke! Wir sind zurück bei Cucumbers zu Bau. Ich glaube, das definiert man jetzt gerade so als Ruhe vor dem Sturm. Sorry, ich müsste eigentlich noch rauskauen. Aber Henni hat die CD vergessen. Wir sind trotzdem irgendwie alle ruhig, das ist irgendwie komisch. Anmeldung sehr chaotisch. Die Anmeldung war sehr chaotisch. Ja, die Konkurrenz ist viel zu groß und dabei sein zählt und wir werden sehr viel Spaß haben. Bis später. Bis später. Willkommen zurück bei Cucumbers TV. Also es geht jetzt so langsam in die heiße Phase, wie ihr hier sehen könnt. Hendrik, kannst du bitte mit der Kamera rumgehen? Machen sich die Mädels gerade fertig? Also sie machen sich gerade fertig. Sie versuchen irgendwie hübsch zu werden und ihren Tief zu überwinden, nachdem wir ganz viele tolle Crews gesehen haben. Aber ich hoffe schon, dass sie es irgendwie schaffen. Also ich meine, schlechter als Platz 24 kann es ja nicht werden. Und nachdem wir unsere Konkurrenten so ein bisschen abgecheckt haben und die sehen nicht so gut aus wie wir, hoffe ich. Hoffe ich einfach mal drauf, dass wir heute sehr viel Spaß haben werden, denn zur Primetime wird es losgehen und dann wird es halt der Höhepunkt unseres Lebens. Bis dann. Gokugoku! Gokugoku!